so freunde des guten geschmacks das war's dann auch schon heute ist der 15. tag der letzte tag der epic spieleaktion heute gibt es für euch jurassic world evolution für mich ein absoluter kracher ich werde mir das definitiv holen ich wollte schon die ganze zeit holen jetzt brauche ich nicht mehr machen jetzt habe ich es umsonst richtig geil heute ist der 31.12 ich denke mal einige werden es schon mitgekriegt haben dass morgen der jahreswechsel ist wenn nicht alle leute morgen ist jahreswechsel ab 17 uhr könnt ihr euch das spiel holen bis morgen 17 uhr dann ist vorbei dann war es das auch mit epik erstmal die weihnachtsaktion ich hoffe ihr hattet spaß mir hat es echt viel spaß gemacht ich hoffe ihr könnt auch einige viele geile spiele die euch gefallen haben abgreifen für mich waren einige dabei alleine schon tropico 5 zu ende die jetzt jurassic world und dann ab das war auch noch mal so ein ding wo ich mich echt über gefreut habe einige spiele muss ich mir noch mal angucken habe ich noch nicht angeguckt die dabei waren gucken wir mal nach wie gesagt geschenken schaut man nicht ins maul ich verabschiede mich von euch ich wünsche euch einen wunderschönen jahreswechsel und ich denke mal wenn ihr bock habt kommt einfach bei uns in discord rein zum jahreswechsel ein paar verlorene seelen sind hier bestimmt weil groß ballern und saufen können wir nicht wurde uns ja verboten auf gut deutsch gesagt kommt vorbei ich denke mal wir können alle gemeinsam schönen abend haben ansonsten danke ich mich für euch dass ihr die ganze woche oder ganzen 15 tage dabei war und durch die videos reingezogen habe ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten mal und einen guten rutsch ins neue jahr wünsche ich euch ciao